Wir lieben das Beste für die Menschen. Und das Beste für die Menschen ist der Islam. Denn das ist die Rettung vor der ewigen Verdammung in der Welt. Der Islam ist der Glaube an den einen allmächtigen Gott. Dieser Gott hat alle Menschen erschaffen und er hat sie erschaffen, um ihnen zu dienen. Dazu hat er immer Propheten und Gesandte gesandt, beziehungsweise erweckt, unter den Menschen, die ihnen das beibringen. Und der letzte Gesandte ist der Prophet Mohammed, Frieden und Segen mit ihm. Und ihn hat er mit dem Koran gesandt. Und wer an den Propheten glaubt und ihm folgt, der wird das ewige Leben im Paradies bekommen. Und wer das nicht tut, der wird in die Hölle gehen. Das ist einfach. Da gibt es nichts mehr zu deuten.